Willkommen bei der Kirche. Willkommen bei der Kirche und der Kirche. Ich bin bei der Kirche. Ich habe zwei Wege-Mahner. Ich bin bei der Kirche. 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 Und wenn ich nicht kann, dann kann ich auch nicht. Ich freue mich, dass ich keine Kirche vertrauen. Ich freue mich auf den Friedensplatz. Das ist ganz schön für den Friedensplatz. Das wird scheinbar, was ich dir jetzt sagen würde. Pansho, Vertal, ich möchte ein bisschen mit dir. Wie schaffst du am Friedensplatz? Kannst du mit dir zu vertragen? Hallo. Wir sind Pansho und Nancy Peters. Wir schaffen das Heim. Und ja, wir werden das Heim. Dort sind Kinder. Dort sind Kinder. Dort sind Kinder. Dort sind die Kinder. Dort sind die Kinder. Dort sind die Kinder. Aber das Ziel ist, die Kinder zu halten. In einem Friedensplatz, wo sie ihre Kinder hinbringen. Und wo wir aber nicht von den Eltern nehmen, wenn sie die Kinder bringen. so wie die Kinder untergängst von Donation drehen. Dort sind wir als Friedensplatz dann wieder schalten. Und mit den Kängern, wir haben die Kinder nicht nur nur in Bern. Oder sie haben ein Haus, sie haben die Tiere verschieden. Und nun Pansho und Poetie hat es einen großen Karps. Nun redet es von ein Stück die Tiere. Vielleicht würde ich dort über den Friedensplatz auch so einen Karps planen. Was ist das denn? Wir haben was davon geredet. Ich hatte was Kängern davon geredet, was er interessiert dort. Aber unser Tier ist in Olawein Noir angebaut. Und wir haben dort alleine übergeben. Wenn sie nicht kamen sind, dann wird es schwer einen Schwung zu kriegen. Aber wir haben das schon gedacht, aber da wird dann etwas lutsamer. Ja, aber kein Dank, ich denke, dass die Kängern lange fühlen sich da nicht. Und Benny, du wärst am Kommentar, oder was hast du mit dem Heim gedacht? Ja, ich hoffe, ich habe einen Kommentar gemacht. Und dort fehlt, dass du sagst, am Mundjad. die Kängern, die Brücken nicht betonen, die Ängern, die Brücken nicht betonen. Du willst viele Handwerkungen von Geld, die nicht mehr kennen, wenn sie gut verlangsamen. Und nun wählst du dann Gebietbühne. Und dann puttet du da Bogen am Kopf was ich habe gedacht, um Geld zu haben. Und ich habe eine besondere Idee, was die Sendung wollen. Wenn wir ein bisschen von dort vertellen, welche Bilder besagen von einer Video sein, was du da in einem vertalte Mal wird. gleich wird er auch und jetzt. Okay. Ich habe das Vorbereitung nicht mehr übernommen, da habe ich das Schmerz nicht übernommen. Ich kann nicht von dir hier sein, das ist für mich, ich sage über den Klima gemacht worden. Da habe ich 20 Städte vielleicht auch. 20 verschiedene. 20 verschiedene. Ich glaube, dass ich gerade erst steht geworden habe. Das sind vorher ein paar Lieden. Ich glaube, dass ihr gerade da seid. Ich bin jetzt an der Montreire steht geworden. Reisenfamilie. So die Backen dann durch alle ihr eigenes Fleisch. Die haben Fleisch mehr gebraucht, meine ich. Die Backen oder so. Jeder eine hat ihren eigenen Fleisch mehr. Dann finde ich, wird 40 Kilo mehr. New York, T-Bone und verschieden. In der Anläufe noch. Wollt ihr da bloß zum Friedenspassung gestärten? Oder haben Sie noch mehr was von? No, das war alles hier, bis zum Friedenspassung gestärten, ja. Du hast noch nie stehen, das war mein Finger. Ich hatte nie stehen, da habe ich auch so gestärkt. Ich habe gesagt, hey, was ist das für eine Sorte Steaks? Ich glaube, ich kann mir ja von Steak-Bartner sagen. Und die haben drei Familien durch Horkarboi. Ja, eine Horkarboi, ja. Da kriegt ihr was an. Und jo, das wurde dann, können sie da mitschmacken. Und dann werden 20 gemacht worden. Und dann kriegen sie da dann, Lothar, die Bars, die kriegen Prämie. Und auch das Geld, das ging dann Ola für den Friedensplatz. Ja, das Geld, das ging Ola für Friedensplatz. Das wird hier so, wie die Steaks, alles, was hier verkauft wird. Das ging Ola durch. Das wird Ola angegeben. Wir brauchen Fleischmatte, Salz. So, ich höre ihm, das du nennen. Und was immer, soll du betulen deine Menschen für den Mut, das ging dann für Friedensplatz. Was ich noch sagen möchte, kl. 15 Uhr war noch, fangen wir an, da zu verkeiten. Ja, fangen wir an, da zu verkeiten. Das ging mit langsam am Anfang. Vielleicht war das, wo das hier rauskommt. Und als ich weiß, wie wir am Bett noch sehen, dann beginnt ein, dass wir Ola warst. Ola verkauft. Ja, die Reife hat zwei Stehen, und dann war das Ola, wo das Ola wird. Ich dachte noch, wenn es nicht mehr ist, wenn es nicht mehr ist, dann sagen wir das Ola schwierig, was wir durch die Doe und Ordnung haben. Aber es geht nicht lang, und ich will dann, das können wir das zeigen, was... Du hast Schmerzen auf den... Weißt du das? Pikanen? Ja. Sojerschwein. Und... Ja, das ging gut. Und... Was war das? Und er war 300 Kilo Fleisch, 500 Kilo Fleisch. Ja, das ist der Glück, und Ola, und ich hoffs ihr Fleisch matt, und sohne Ola mit extra matt genommen, und, und, nach dem ersten Wings, und sohne dort auch Ola gebacken, und wir Ola, Ola gewahren. Ja. Und er hat die Schmerzen selber angepackt, angerollt, und er hat fernsäufig geblieben soll, und ich meinte, das ist so schön. Und sohne das verschiedene, du hanser Fleisch backerst, und das heißt, es sind 20 verschiedene, und wie in die Po, was überreine Sorten hat, schmecken die auch verschieden. Ja, wie immer wenn, ich lebe heute überreinert, aber auch, ich lebe heute überreinert. So, das war eigentlich die Doe, was die da hat, und, denn, der Türe wird anträumt, wird vernäht, und hat alle viele Menschen durch die Hand gebracht. Und, ich weiß nicht, was gleich Fleisch zu baten, wie die gebacken Fleischtäten. Das gleiche zu Täten, ja. Das ist selbstverständlich ein, was würdest du sagen, ein Begehrer Fleischbacher. Ich glaube, das war eigentlich noch Morgen. Und ich komme zu Deutschland bei den Swingen zu sein. So, vielleicht wird nächstes Jahr und kommt dann und Friedensplätze und dort für Jungs anträgen werden. Ja, es ist dort, mir schmeckt der Dirk zu erscheinen, und es ist seltsam, dass er dort nicht fährt, so ein Baden, aber noch mal gleich ist der Dirk. Ja, ihr könnt sehen, dann war das Fleisch-Ola. Die Menschen bräuchten nur wenig ein Haus vor, der wir noch dann selbst dort. Da ist man mehr noch hierbei geblieben, so können sie nur noch, war da von dort, so, wir finden dort gehörte der Fleisch-Ola übrigens, und dort wird der Metall-Ola. alle verschiedene Salsas, was die Menschen dabei kriegen, wie auch Hamburger, und die, dort reiten wir auch, dort haben, Tortillas anrollen, die der Käse in Tortillas dabei, wie sie in den Maltit, und, viel Salz. Hier sind wir noch mitladig von Menschen, und bei Lothar, dort gehen Krüten, gehen Krüten, ja. Und werden betont, wie wir das, dann bieten wir Steak, was sie dann wollen, und die Dösen haben, dann gehen wir hin und betont, hier dann eben dort, was sie haben. Ja, betont, den sie hier bei haben. Ja, ich sage, schmerz, das ist einer von der Komitei auch, das ist einer von der Komitei auch, das ist einer von der, in der, in der, in der, in der Gänse, in der Gänse, auf der Gänse, in der Gänse. Hier habe ich auch gedacht, so ein der Hamburgers, wo alles gebackt worden, und dort, da gehen wir nach rüten, da sind mehr Leute, die Menschen, die kommen in einem Steak, dann kriegen wir dann eben einen Hamburger Steak, ja, ein paar Korni, ein Paartage, einer von den F пишenden kommen, was ich jetzt mit dem auch verraten werde. Gajo Leuven, der ihm auch da in Wiesko, und der unterrachte sie, dem kann ich aber weit nicht mehr um den Gerüst, ich denke, und wird brennen. Ja, da sind dann viele Menschen, die da auch gekommen wären. Und die werden da auch vollgeben. Zu Gaut hat er heute in Trenbe, zu wenig in den Ferien angekommen. Ich glaube, dass wir fein, am Tag kommen uns dort wenig Menschen, die kommen, aber dann zu unkosten, können nur fehlen, und wir sind sehr dankbar für alle Menschen, die kommen und in den Staaten leiden, dass es einfach sehr dankbar selber durchführen. Und du wirst ja Michael töbgekommen, kann jemand dort in der Bühne auch vor dich machen? Ja, du wirst ja einfach sagen töbgekommen, sagen, so ja, da haben wir ja, das waren schon was eigentlich, aber in Wirklichkeit, also vielleicht ein 50% von was uns fehlen wird. So, dann, wir kicken so ja Leute, die wir auch nachkennen, dann haben wir ja irgendwie in Stattung klient, so. Aber es wird ja kein wenig anfangen, und dann sowieso auch kämpflich mal her. Ja, das ist ja ein größtes Projekt mit Ihrer Hand, mit den Bühnen, was viele, viele Jahre soll es herholen. Ja, was heute in der Nacht der beiden? Ja, aber der Salmosein, was da, da war mein Hummer. Was hier passiert, da schlöte mein Hummer ab. Dann erst da, ins Bied Isar, und wer dann dann passen Kraft, dann ja, ich war Puhren. Da hatte ich ein paar Worte, wie er fief, ich könnte nicht mal sagen, wie die Juchte ich fuhr, fief und auf, sieben, er saß noch auf, fief. Das selbst hatte ich in Stoltenheim, wo ich angefangen habe, ich war Puhren. Und ich hatte auch mit Sposig, ja. Seht ihr, ich kann das mal einen Ohren brechen, deswegen kann ich nicht brechen. Ich durfte nur mit dem Hungerbriss mit einer Hand. Ich war, wenn man sagt, ich habe einen Krieg. Und ich hatte auch einen Krieg, bei der Saas. Was hast du denn noch? Bei Tieren? Bei Tieren, ja. Bei Tieren, ja. Bei Tieren, ja. In diesen zwei Jahren, die waren bei den Fiefen, bei den Sieben, so. Aber wir reden nicht während des Interviews davon, dass sie noch Kriegpausen trafen, und ich sage, ich habe das Glück. Das wollte ich, dass Peter Verstubles zu sein, wo man da ein Glück hat. Ja, mir lohnt das auch, wenn man eigentlich mit dieser Bogen dreht, dann machen wir eine Töpfstanz. Irgendwann eine Hand. Ja, das muss ich noch haben. Ja, ja, also die Aktivitäten. Und Bernd, hast du noch etwas für die Künger? Ja, die haben sich durch was, auch noch, was sich die Sonne dort übernimmt. Wir haben das alles wenig mehr zu dem gehabt, und wir als Menschen gefragt haben. Wir haben verschiedene Games für Künger, und wir hatten noch Klingen-Stuher. Was geht das? Schalklitz, Seher, sonst können wir dann einmal nicht schwierig zu sein, und bloß ein Töschbecken mit Darts. Ja, wir haben dann ein Getweck gekriegt, und wir haben dann ein Papier geboren, was ich gewonnen habe. Gut, also dort wird ein ganz toller Tag für Aktivitäten. In Bieterle Games wird noch mal was ich dabei haben. Ich muss sagen, was wir danach haben. Ja, wir haben das immer noch nicht letzter Tag mehr. Ich weiß nicht, wir wollen uns eigentlich, wir wollen noch bei den Quadros, heute mehr, wo wir ja nicht mehr sparen sein, von Eichbert Hundert, und die Rütspecken, und vorher sind die Steil verkauft. Und jetzt die Gruppe, die Werner von der schönste Fleisch gebaut haben, in der Werner mit Rütspecken, denn die Werner haben wir hier nicht am Bild, über die wo diese Töre gewonnen haben. Die Rütspecken haben gewonnen, über den Feuersteig, was sie verkauft haben. Feuersteig, ja. Da ist also im Verkäupt, wir können noch nicht Eier, und nächstes Mal wird der andere looten, wegen der Steigweck nicht wahrscheinlich noch gehört, weil der Feuer wird den nächsten noch gelooten können. Ja, der Raum geht anbieten, aber da hat der Hand Geld gebrochen, der Verkäupt was. Ja, das habe ich schon oft. Dann haben wir noch was zu sagen, eine Gruppe, die er singt hat, wie ein Charakter von Jund, vom Friedensplatz. Ja, wir arbeiten und mit der Kenia-Taube drei Leute sehen. Die Kenia-Taube werden nicht ohne mit aber wir haben mehr gemacht. und ja, wie wir dann und Mai zum Monat sehen, und wir haben ja dort schauen, so, es ist nicht so einfach, wie es sein wird, wie wir vorhin sehen, wenn es Kenia-Taube kommen werden, in Donnerüte, wir haben alle drei Monate, und wir haben alle andere Kenia, und wir haben alle andere Kenia, links, und wir haben mehr change in that. Kevin, so light on here. die die dem dem der die auf son der und Amen. 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 Beidein, haben wir viele Menschen getahedet auch noch. Wir haben auch noch viel darüber gesprochen, was interessiert wird und zu dem umgew요ling. Es sind nicht mehr viele Menschen werden, zum Beispiel bei einem anderen Sport. und ich sehen das auch gerne. Also sehen Sie, dass ich alle Geschichten in der Singen verteile mich. Ja, ich sage euch interessiert alle Getschenspielern und singen, also ich sage gleich nicht so sehr Geschichten zu verteilen, sondern das dann in der Steine singen und schreiben auch mal in der Saal. Wenn uns alle Leute auch hören, was ich nicht selbst geschrieben habe, dann sehen Sie auch gerne die Geschichte zu uns. Musik 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 Ich habe einen Hammer, ich soll ja eine Schein gehören gelohnt, ich verstehe leider nicht, Guitarspielen, singen, man hat Menschen taub, man hat Menschen, die Bühne, der Band war immer, wenn sie so eine Arbeit haben, ich stelle mir, dass es extra viel wird. Ja, du hast es sehr viel wird und es wird so erscheinen, wenn wir diese Arbeit kriegen, ob du sich interessieren für Guitarspielen und Instrumenten zu spielen. Ja, natürlich auch Geschichten vertan, alles viel wird, denn ich setze immer so die Hand in eine feine Gruppe mit Arbeitern. Ja, zum Schluss, was möchte ich noch merteilen von Friedensplatz, von den ganzen Eventen, alles fein geschauft. Ich würde mich bloß noch einmal bedanken, für alle, die sind gekommen, um die Städte, die Brücken-Gene-Unerstattung, und das ganze Hemdusoran habe ich sowieso mit einer 3.000 Kost gemacht, dass ich dort wieder gedreht habe, nach einem 2.000 bis 7.000 bis 7.000 Euro, der Monat wird wieder gedreht, und ich habe noch alles von Jena-Halb und von Donation, ja, das wird wieder gedreht, und das ist noch einmal mir so auch bedanken dafür. Ich glaube, dass nur jemand sagt, dass ich 7.000 bis 7.000 bis 7.000 Euro war. Hier sind viele Jahre alt. Erstens sind die Jahre alt, aber es ist gut. Wie willst du denn einen Mai aus, was ich kenne an der Eten geben? Ja, wie du denn einen Mai aus der Eten geben? Wir beiden, die du ganz schön, und wann du fielst, im Dauklaut davor, und alles wieder an, dass du alle an den Tiet, was wir da waren, wenn du einmal vierkommst, dort beide wir an, du. So, und dadurch, das ist eigentlich wenig Geld. Und dadurch, die kriegen sie viel, viel, jungen Gestaltung und alles. So, und wenn ihr noch hins, was zum Schluss? Ja, das habe ich immer sehr bedanmen, und ich meine, halb so weit, das machen wir doch ein Ding, weil wir zusammen haben, das haben wir dann eingekriegt, das, wir brauchen viel, zu rote, vor dem Jahr. Und vielleicht, das ist ein jährliches Ding, das hat noch, und wird hingeladen, den Jahresdagen zu führen. Ich habe so, dass der plant, für ein Foto, oder dass du, irgendwas Jahrchen, dann, und für den Jahresdagen, und für den Jahresdagen, für diesen Brauch. Sollen meine Brüder trafen, der Jahresdagen? Dort, würde ich eigentlich nur nehmen, wenn er das erst, vielleicht, würde ich dir auf Wann schocken. Ja, wollte ich das nur nicht nehmen, äh, wir sagen, dir noch mal ein Bede, wann du am Bären, so, da wird dir so, euer Sampern gewaßt, wir wollen da, ja, die zwei Jahre, haben wir das nicht getan, vielleicht haben wir dort, finde ich, die tun? Vielleicht werde ich das nicht tun, vielleicht werde ich das nicht tun, vielleicht werde ich das nicht tun, das wollen wir alle antworten, ja, freut mich, dass ihr sehr viel möchtet habt. und, äh, wir haben jetzt noch ein paar Leute auch hier, ein Leute von der Freisen Familie, von Leuform, die haben auch viel gesungen, und, äh, da wird hier, wenn die, die reden, die haben dort einen Hort für Friedensplatz, so, wirklich, so eine Unterstattung, von vielen Städten, und, äh, und, äh, nur die noch Leute von, äh, der ist, äh, eine Indian am Jahr, wo er sich, äh, mit Jakob Friesentöp, wo er doch viel singt, und, äh, das, was wir da sagen wollen, da singt Jakob Friesen, selbst nicht, aber er hat auch viel gesungen, und, äh, hat sich immer ein größtes Hort von so einer Städten gestärten. So, als nächstes, dann noch die zwei Leute, in einem Fehlmacht. Auf Wiedersehen. Es algo mio, y me guarda para ti. Me salva del pecado, le guarda desatar, promete estar conmigo hasta el fin. La victoria me asegura, y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús, jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. En el mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si el mundo me persigue, si hizo protestación, confiado en Cristo, puedo existir. La victoria me asegura, y elevo mi canción. La victoria me asegura, y elevo mi canción. La victoria me asegura, y elevo mi canción. La victoria me asegura, La victoria me asegura, y elevo mi canción. 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 La victoria me asegura, ¡Viva la victoria! Untertitelung des ZDF, 2020